. Das eine Bar so vorgestellt. Das andere Bar. Nur noch das Dächel geschlenkert. Hast du mich? Hast du mich drauf? Hallo. Ja. Ja. Das war eine frühe Form von Comedy Street. Hast du alles früher aufgenommen, damit du ein paar Jahre später darüber amüsieren kannst? Aber irgendwie, der Videozusammenschnitt verliert an Reiz. Weil Fernsehgucken und Videogucken ist Normalität. Wenn aber die Mutter früher am Geburtstag das Super-Acht-Projekt rausgeholt hat, war das eine ganz andere Sache. Das hat den Event-Charakter. Das war eine frühe Form von Public Viewing. Allein der enorme technische Aufwand hat die ganze Geburtstagsgesellschaft durcheinandergewirbelt. Wahrscheinlich wird der Wohnzimmer dich abgerahmt, damit du die Leinwand aufstellen kannst. Das hat mir neu gestalzt. Rausgezerrt, neu gestalzt. Rausgezerrt. Ja, und wenn's dann endlich von der Schrankwand drapiert war, ist der Mutter eingefallen, dass sie noch Gläser brauch aus dem Schrank. Ja. Dann hat der Vater angefangen, die Filmspule draufzustecken auf den Projekter und den Film einzulegen. Das klappt nicht. Das zieht nicht ein. Der packts nicht. Also ist die Mutter in die Küche, hat die Scher geholt und hat einen Teil von der Titelsequenz abgeschnippelt. Jetzt hat sich der Vater so mit so bunten Plastikbuchstaben auf Styropor draufgesteckt und dann abgefilmt. Urlaub am Lago. 1975. Urlaub am Lago. Brrrr. Ah, jetzt sieht's euch. So, jetzt sind sie alle. Habt ihr alle was zu trinken? Okay, Licht aus. Film ab. Guck, das ist der Franzel beim Wasserskifahren. Ah ja. Was man gesehen hat, war Wasser, Himmel, Wasser, Himmel, Wasser. Ja, die Aufnahme war vom Boot aus gemacht. Mit einer Hand gelenkt, mit einer gefilmt. Wasser, Himmel, Wasser, Himmel, Wasser. Und ganz Katz, immer ganz Katz zwischendrin in gelber Punkt. Wasser, Himmel und in gelber Punkt. Guck, das ist der Franzel. Guck, da war er wieder. Den erkenn ich sofort an den gelben Bartos. Das war super. Super Acht. Und wenn du diese Super Acht-Action-Komödie hinter dir kartoscht, hast du drei Tage Erholung gebraucht. Du hast alle Vieren von dir gestreckt.